So lange kennt mich keiner von euch, aber dieses Wohnmobil, das ist der Ford Nugget, der sieht so ähnlich aus wie das Wohnmobil, das mein Papa selbst ausgebaut hat, auch wenn das ein LT28 war, also was ganz anderes. Aber vom Innenleben her sind die sich verdammt ähnlich, genau gleich nur in Geschrumpf. Also ziemlich cool, kommt mal mit, das wäre nämlich was für mich. So, hier seht ihr den ganzen jetzt mal von außen. Ähm, ja, sieht cool aus, aber wartet mal auf innen, dann wisst ihr erst, was ich meine. Der ist nämlich wirklich unglaublich durchdacht und was mir besonders gefällt, ist, dass der keine Toilette hat, weil das ist für mich reine Platzverschwendung gefühlt. Hier sogar mit Markise, also wirklich richtig, richtig cool. Und das wäre dann übrigens der Nugget Plus, aber wir schauen auch noch rein in die Wohnmobile. Ah, der ist gerade leer, dann beginnen wir doch mit dem hier. Also der hat dann eine Toilette, deswegen kommt der für mich weniger in Frage, aber ist trotzdem super spannend. Hier eben mit dem ausklappbaren Schlafdach, finde ich richtig cool. Oben schlafen hat für mich immer so ein bisschen was von Freiheit und eben einfach von Camping. Und was jetzt neu ist bei dem Modell ist, sind diese Plattfedern, sodass man einfach auch bequemer schläft. Dann haben unten noch zwei Leute Platz zum Schlafen. Die können dann hier die Füßchen durchstecken in die Küche rein. Küche mit zwei Kochfeldern, Kühlschrank, Spülbecken natürlich ganz normal. Und hier einigen Schränkchen. Die sind allerdings nicht zu geräumig, finde ich, in Summe, weil man ja doch einiges verstauen muss. Und hier eben beim Nugget Plus mit der Toilette. Im Vergleich zu dem anderen Nugget ohne Toilette. Da seht ihr jetzt eben nochmal den normalen Nugget. Der ist eben eigentlich gleich aufgebaut, nur ohne der Toilette. Lasst uns mal kurz reinschauen. So, hier habt ihr im Vergleich zu dem anderen das Bett im Moment eingeklappt. Dann kann man eben bis vorne zu den Fahrersitzen stehen im Auto. Und zwar wirklich richtig geräumig stehen. Seht ihr, wie viel Platz da noch über meinem Kopf ist? Und ich bin ja doch nicht die Allerkleinste. Also es ist wirklich riesig. Und jetzt haben wir ihn mal frei. Jetzt drehen wir nochmal die Kamera. So sieht er dann komplett aus. Mit eingeklapptem Bett. Und von hinten, das ist jetzt eben der normale Nugget. Also hier ohne Toilette. Und beim Nugget Plus wäre dann hier eben die Toilette. Und wer mir jetzt ehrlich gesagt auch noch extrem zusagt, ist jetzt hier dieser Big Nugget. Der ist heuer neu. Und bietet aber auch sehr viele Möglichkeiten. Das ist jetzt natürlich nochmal eine andere Klasse Auto. Der ist schon wieder um einiges größer als eben jetzt hier Nugget Plus. Und Nugget daneben. Dann seht ihr jetzt hier den Big Nugget. Und der ist eben einfach deutlich, deutlich größer. Aber bietet einfach auch sehr viele Möglichkeiten. Allerdings schläft man da nicht mehr oben, was ich ziemlich schade finde. Da habt ihr hier das Bettchen. Und vorne dann die Küche. Allerdings eben, wie gesagt, keine Möglichkeit, oben zu schlafen. Zwar viel Platz, viel Stauraum. Natürlich eine unglaubliche Höhe. Nochmal höher wie beim Nugget. Aber keine Möglichkeit, unterm Dach zu schlafen. Was ich cool finde, ist, dass die Küche hier bei der Schiebetüre ist, sodass der ganze Gestank direkt rausziehen kann. Aber was mir hier gleich aufgefallen ist, im Vergleich zu dem ähnlichen VW gibt es kein Fliegengitter, das man einfach irgendwie zuziehen kann. Da ist leider nichts dergleichen. Und hier haben wir natürlich eine ganz normale Nassstelle. Also ein Klo mit Duschen. Ist nett. Hat übrigens sogar ein Fenster. Also mehr wie meins zu Hause. Aber finde ich halt jetzt dementsprechend nicht so wichtig. Weil entweder ich gehe halt Outdoor oder ich bin sowieso am Campingplatz. Und ja, dementsprechend brauche ich das eigentlich nicht. Hier seht ihr nochmal das komplette Datenblatt. Also Frischwasser 100 Liter. Ab Wasser 80. Da hat der Nugget gerade mal die Hälfte. Und Länge 6 Meter fast. 5,98 Meter. Und Höhe 2,70 Meter. So, das war es dann von der Ford Nugget Serie. Einmal Nugget, einmal Nugget Plus und einmal der Big Nugget. Welcher gefällt euch am besten? Schreibt es mal in die Kommentare.